Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mecklenburg zu Gänsel. Und zwar, es war ja schon... Waaat! Ah, ein Spaß di! Ach ne, das ist ja gar nicht der Dabi Basti. Hast du bestanden? Ein Spaß di, ach ne, das ist ja gar nicht der Dabi Basti. Nichts gegen Dabi Basti, der macht ja eigentlich auch ein Projekt mit, aber... Könntest du schon mal so ein paar Schweinchen töten? Hab gerade so ein bisschen getötet. So, weil dann, ich wollte nämlich, ähm... Ach, genau, oder? Warte, oh mein Ohr. So, ähm, such mal bitte schon mal ein paar... Ja, wie heißen die Viecher hier noch? Alter, lol. Hier ein paar Schäfchen, damit wir gleich Bettchen machen können. Und ich baue da nie, schmal, wir haben ja jetzt die Eingangshalle und ich baue da nie, schmal den Weg hoch. Takt, aber drei Wolle im Inventar. Aber es ist ja getötet. Ja, such mal bitte zu schmal... Weil wir wollen ja eh sechs Stück. Ich hab da in den Inventar, aber einher, MC hat mich getötet. Ja, äh, wo hast du ja auch noch... Das hab ich dir grad schon gesagt, du hast es an sich ja noch genug HP. Es nennt sich aber Kritik-Kids. Ja, aber du hast jetzt auch nicht gleich so... Hab ich dir das jetzt an, ne, das war ja auch eine andere Folge. Äh, äh, ich wurde ja auch getötet, Davy Basti. Und ungefähr so hörst du dich hier grad wortwörtlich an. Ja, das macht man absichtlich, du hast gesagt, uns fehlt der Davy Basti. Nö, heute nicht. Ich hab ja hier leider schon Davy Basti. Wer mit ihr denn dann? Du. Du hast dich ja grad genau so angehört. Ich hab grobe Erde gefunden, grobe. Könnt zur Akazien, was mitbringen gleich, auch wenn du Davy bist? Ja, grobe Erde ist selten, das ist sie klar, und ich hab grad Lava gefunden. Ich hab vergessen, den Homebook zu setzen, schaffst du mal wieder. Warte, ich könnte die Koordinaten im Chat schreiben. Okay? Warte, ich hab grad keinen Bock. Ich bin, ich kann auch reißen, ich bin auf der anderen Seite vom Berg, ist sie klar. Ja, der Berg ist aber riesig, das weißt du. Ja, ich geh einfach jetzt noch ganz oben drauf auf den Berg, das Wasserfall, geht der jetzt hoch. Man muss schon nicht, bitte nicht. Nicht spoilern, nicht spoilern. Ich spoilern mich selbst Diamanten da oben. Nein, ich weiß ja schon, was da oben alles ist, aber ich will nicht, dass wir hier gespoilert sind. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja, der Spoiler ruhig, ja, macht was willst, ich kann ihn ganz spoilern, hab ich bin gerade fast runtergefallen. Ja, du sollst ja auch gar nicht hoch, weil ich baue doch eben hier einen Weg nach oben, ich bräuchte Sarkazinholz und die Wolle. Ja, ich hab da oben, ich hab grad eben da oben einen Schaf gesehen. Ich weiß nicht, warum ich da hochgehe. Na klar. So, und, was das ist, äh, ich würde sagen, dass wir das dann so machen, dass wir gleich, das ist für heute die letzte Folge, dass wir da morgen weiter hoffen, ich muss ja noch ändern. Genau, genau, was wir in der Welt haben. Aber wir können so lange treten. Ja, ich habe doch vor, na, ich meine auch von den Folgen, wir nehmen ja gleich noch wohl was auf. Nur ich sollte, ich hab ja gesagt, heute auch jetzt. Hä? Nein, und zu besser, müssen wir was im Vorrat, die sagen, wir nehmen immer so, sieben Folgen auf ungefähr. Ich will auch noch ein bisschen aktuell bleiben. Ja, was? Ich will immer einmal pro Woche aufnehmen, am besten. Oder halt mehr, aber nicht mitten in der Woche, weil du ja jetzt nächste Tage auch keine Ferien hast. Ist klar, wenn ich jetzt Ferien habe, natürlich, dann bin ich auch so frei und dann kann ich aufnehmen, wenn ich will. Schon klar. Ich habe jetzt ein paar Wochen Ferien, vier Wochen oder so. Oh, dann sind meine Ferien so gut wie schon zu Ende. Hä? Meine fangen jetzt, meine fangen ja jetzt, also nächste Woche, Freitag gibt es Zeugnisse und dann fangen ja schon meine Ferien an. Ja, das stimmt. Und von dann vier Wochen, rechne das mal, sind meine Ferien eh schon fast zu Ende. Eine Frage, zockst du mit meinem E-T-Pack? Ja. Gut. Weißt du, dass ich überlege, wie wir da hochgehen, oder sollen wir so eine Teleportmaschine dann bauen? Das beiden da halt, 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 weil, guckst du, Tronka, das auch so ein Teleporter. Nein, guckst du, Tronka, ich guckst du, ich bin nicht kennengelernt. Tronka folgt mir sogar, oh, jo, weil ich würde sagen, wir machen wir jene Teleportmaschine, dass man dann halt zwei, an der Uhr echt zehn Plagen drauf fürs Teleportieren. Ja, und ich will den Berg so gut wie möglich erhalten, natürlich. Deswegen würde ich sagen, dass man halt... Ja, und Leute, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr Windows 8 habt, benutzt niemals die App-Version davon. Ja, der... Bei ihm ist es nämlich da... Das kann... Schon abgekackt. Ich nutze sie schon deswegen erst gar nicht mehr. Mhm. Das kann ich deswegen nicht gerade mal denken. Soll ich sagen... Wie viel Wasser ist hier ein Zeitalter? Komm nicht zu den Bäumen. Ich weiß, dass so viel ist. Ach, und den Zit, den... Den Zit, den habe ich mir aus dem Internet extra rausgesucht. Aber ich fand den schön, oder? Bitte, wenn irgendeiner... Bitte, wenn irgendeiner diesen Zit kennt, nicht spoilern, bei denen und den Koordinaten ist das Ende, bei denen und den Koordinaten sind Dias, ja? Den sind nicht extra, deswegen die Map downloaden. Den Zit, den kann ich ja veröffentlichen, zwar vielleicht, aber ich... Der erste, der irgendwas mit End oder so was schreibt, Denschen und so, den sag ich euch. Den werden wir alle hassen. Weil ich möchte nämlich erst in die Folge 30, 40 ins End. Ja, das wollen wir eigentlich selbst suchen. Ja. Dann können wir uns auch gleich die End... Ender Augen, da Dinger, da sparen. Können wir auch uns gleich das ganze Projekt sparen. Ja. So, äh, wie viel Wolle hast du jetzt schon? Null. Weil ich schaffe, weil ich runtergeflogen bin. Ja, weil ich habe gerade auch keine Wolle im Winter. Ich hatte drei Wolle. Ich habe... Ton habe ich. Ich hatte drei Wolle, die müsstest du jetzt eigentlich haben. Habe ich nicht. Ich habe Ton. Du hast mich getötet, du müsstest die haben. Nein, ich habe blau gefärbten Ton. Guck mal in deinem Winter, ich habe blau gefärbten Ton. Ich habe da gar nichts. Wehe, du hättest in die Lava gefallen. Na, warum in die Lava, du bist doch gar nicht in die Lava gestorben. Ich bin doch einmal wegen, die gestorben will. Ja, weil ich dich jetzt schützt habe, aber nicht, weil in Lava gefallen ist. Heißt, sie kann ja schon gar nicht in Lava sein. Wo hab die da irgendwo rumliegen noch? Kann ich doch gerade. Ich habe zehn Level verloren. Mann, mein Leben hat keinen Sinn. Hier liegt aber auch nichts. Sehr oft. Lol. Hä, wo kann das denn sein? Guck doch einfach mal in deinem Winter, ob du die hast. Ich kann Bildchenübertragen machen, aber bei mir ist nichts. Wenn du Bildchenübertragen machst, sieht man die, kackt die Aufnahme so halbwegs ab. Ich habe 10 Tee bekommen. Ja, du hast 10 Tee-Krieg bekommen. Ha, ich habe mir jetzt so hart schlapp gelacht. Ja, ich weiß. Nö, ich sehe keine Wolle. Also, jetzt ernsthaft, wenn ich zu blind bin, dafür? Äh, wie wäre es mit einer Brille, die kann man bei E-Bail beigern. Ach, warte, warte. Darf ich jetzt mal was sagen? Hä? Mensch, doch, ich sehe Wolle, aber nur in der Fall sind. Ich habe mir gesagt, die sehe keine Wolle. Äh, doch, letztendlich schon. Neun auf Items ist Wolle. Das ist, dass ich überlege, ob ich... Wie viele Folgen sind wir heute hochladen? Sagen wir machen heute eine? Also hochladen tue ich zwei, aber freigeben wird täglich jetzt immer eine. Heute 18 Uhr und dann vielleicht morgen ab zwölf? Hm, ab zwölf. Ha, ha, die Folge wird FSK zwölf. Ja, wenn du das P-Wort sagst. Penis. So, FSK zwölf. Ne, immer noch nicht. Ja, du machst bestimmt gleich daraus eine FSK zwölf voll. Äh, wenn ich das sage, was den Mut betrifft, dann ist die FSK zwölf. Das, wo du beim Netz mal schon so ausgerastet bist. Hä, woran denkst du gerade? Ich meine jetzt nicht von wegen, was man sieht. Nein, das meine ich auch nicht. Und nicht heil. Nein, das meine ich auch nicht. Und du hast dann die Folge ab 18 gemacht. Fuck. Also es muss ich dann wirklich so um Kennzeichnen. Ja. Und ohne Schneide ist das raus. Zu faul. Aber er hat auch letztendlich, dass ich, äh, vielleicht merkt man das. Die Folge wird deswegen aber gesperrt. Hör, warum ich hab da nix an sich Schlimmes gesagt. Hast du? Nö, fand ich jetzt nicht. An sich, an sich, dürfte. Man, ähm, also sagen wir's mal so. Die Folge wird gesperrt werden, wenn ich das N-Wort sag, was passt. Keiner weiß Bescheid, zum Glück. Ich schon. Ja, das ist ja auch gewollt, dass du's weißt. Musst du ja auch. Also würde ich das jetzt mit mir in der Folge sagen, dann wird das wenigstens FSK 12 für nicht so gesperrt. Wenn ich jetzt jetzt sagen würde, aber nicht. Äh, eine Frage, soll man das mit dem Teleporter mit Schildern machen? Oder? Sollen wir das machen, dass jeder das zu seinem Deathpoint dp'n darf? Nein. Und nicht nein, nur wenn sowas wie letztes Mal passiert ist und du weißt, was letztes Mal passiert ist, mit wie vielen Dias. Den Zug S1 zu Gesser. Nö, bin ich eigentlich gegen, ähm, was ist das, was ich jetzt überlege? Aber ich hab jetzt ja schon mal für den Teleporter alles bereit. Soll man oben auf dem Berg wohnen? Ich bin doch schon auf dem Berg. Ich wär dafür. Ja, ich doch auch. Aber nicht komplett oben auf dem Berg, sondern oben im Berg. Ja, ich bin komplett oben. Ich wär für oben drauf, sonst baut wieder oben halt, da, wo er meint. Nein, weiß wie, weiß warum? Ich will oben ja auch noch was zu bauen, aber... Ich will mich ganz, ich hab'n D-Bau mir oben, Haus, wo mir jetzt eben ein 630 Eis nicht will oben bauen. Nein, hallo, weiß warum ich im Berg bauen will. Also ich will oben auf dem Dach nämlich eine bestimmte Sache auch bauen, die ich jetzt auch noch nicht sagen möchte. Sie kann ich gleich nach Folge... Fuck, weil es dann die Folge schon geht? Ja, egal, eine Stunde, wir können drei Stundenfolge drauf machen. Nein, guck mal, wie lange sind wir jetzt schon als Skype-Confi am Reden? Seit fünf Minuten. Gut, so... Ja, dann haben wir ja noch Zeit bestimmt. Aber, weißt du, ich will oben die kompletten Farm drauf bauen. Hm. Deswegen, weißt du, was ich jetzt machen könnte, der Skil at A, eckige Klammern... R gleich 10, äh... Und dann typegleich... Nein? Ich komm' ja nicht nach oben, weil ich... Wir wollten erst die Teleporter bauen. Und das will ich dann in der Folge beim nächsten Mal machen. Aber das will ich dann gleich machen. Ja, ich hab' schon wieder vergessen, wie mein Home-Punkt zu setzen. Ich kann die nicht runterstringen. Hallo, das sind die Koordinaten. Die kannst du, wenn du bei... Wenn das so gemacht hast, musstest du unter X... Ne, ich mein' nicht X, unter V... Und dann kannst du da Koordinaten auch eingeben. Ja, oh. Ja, okay, wenn das so ist, dann muss ich jetzt gleich direkt unter dir auftauchen. Äh, nein, weil du dich nicht tippeln kannst, ohne OP. Doch, müsstest du gleich. Ich schraub mich grad runter. Ne, nicht den ganzen Berg kaputt machen. Na, frag doch, ob ich die CP. Ich hab mich grad nicht sieben Blöcke runtergebaut. Hör auf. Alter, du wächst grad voll. Sessler hat man sie müssen, ich schlag. Du bleibst in der Luft stehen. Da kommst du eh nicht weit. Jetzt bis erst recht in der Falle. Ey, hör auf. Ja, schon wieder, siehst du. Das soll jetzt aber Notwehr. Nein, was nicht, weil du mich immer tötest. Das nervt. Hier, warte. Äh, lol, lol. Was ist? Ich hab, ich hab, du kennst doch das, wenn man sich zum Deathbolt macht und Tee drückt, ne? Ja, aber ich hab Spaß probiert, das klappt trotzdem. Ohne OP. Nein, ich hab, komm mal, ich hab das hier gemacht. Warte, mach, ich teste das, mach, ich geh jetzt mal raus und mach. Lol, warte. Alter. Sind wir hier grad allein auf dem Server? Was? Ja, nur wir beiden sind auf dem Server. Aber nein, ich, selbst TP dich mal zu... Warte, ich teste das mal mit Homesweet Home. Geht mal raus und Teleportieren mich dann da hin. U, und dann T. Nein, Error. Ja, weiß, was ich gemacht habe, ich hab das hier gemacht. Das sehe ich ja mal in dem Chat. Ich weiß, weil du nicht OP bist. Du siehst, wenn ich mir fehl aus für das, nur wenn du OP bist. Aber dann, wie ich sage, wie lange geht's folgendes, weißt du das? Wegen Skype-Konfig? Keine Ahnung. Nimm mal was, das was... Hör auf! Ich hab gesehen, wie viele Hits du bekommen hast. Hör lieber auf! Ich hab's gesehen, ich weiß, ich weiß nicht, wie sie gehen hat. Und wo ist das ganze Eisen hin? Soll ich sagen, was ich sonst mach? Warte, ich setze mal lieber einen Punkt vor. Hier trotzdem, wo ist das Eisen? Ich hab 36 Stück gefahren und ich krieg davon nichts ab, oder wie? Fakt, ich sollte mich nicht im Game O2 machen, oder? Wie, weil ich das im Moment hab, aber ich brauchte es gleich noch. Ich brauch das auch, und ich hab 36 davon gefahren und ich krieg da nichts ab, oder wie? Äh, ich hab aber... Ich hab nur 36 geht aber gar nicht, wenn ich nur 34 bekommen hab. Ich hab mir auch 5 ausgenommen gehabt. Ja, dann kommt das aber trotzdem, aber egal was... Ich würd mich jetzt erst mal dafür sein. Ähm, warte, kommst du mal mit? Ja, warte. Könntest du dich vielleicht hier einmal die ganze Zeit hochgraben? Also immer ein Block hier. Ich hab mir eine Eisenpick-Ex. Weil die kaputt ist, wegen dir. Äh, ja, kann ich's fortmachen, warte. Weil du meine bestimmt hast, die deine kaputte Gegeben hast. Nein, weil meine gleiche, ich guck mal, das hier ist meine Pick-Ex. Pick-Ex. Das ist meine. Ich hab gegen die Elemente jetzt Kraft in mir. Ja, warte ich, ich bin voll, ich muss ein Kohleblöcke machen. Koko, Koko, Koks, 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 Koks. So. Was hast du gerade hingeworfen? Kohle, 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 Kohle. Fick dich! Hör auf! Alter, musst du immer töten, wenn ich dich töte, kommt wieder an Slash Kilne. Alter, weil, das war aber jetzt auch echt kratzt, von dir scheiße einfach. Hier, warte. Ich bin ja... Fuck, das sollte ich nicht machen. Das hier. Ich bin ja sonst eigentlich so gerecht. Du könntest mich jetzt rechnen sollen. Ich wollte dir doch gerade eine Spitzhacke machen. Vollidiot, ey. Wenn du das nochmal abbaust, ich sag dir. Ich hab eh nicht mehr Eisen im Winter. So, kannst du ruhig abbauen, bringt jetzt nämlich nichts mehr. So. Und jetzt musst du bitte, bitte sagen. Bitte, 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 bitte. Warte mal eben. Warte, bitte, bitte, bitte. Warte mal eben. Wui! Alter, jetzt lass das doch mal eben. Du Spielkind, ey. So, weiß, dass ich mal eben mach? So. Fuck, das würde ich nicht machen. Komm mal her. Hier, tu mal über dich ein bisschen auserziehen, schon mal. Alles, was du nicht brauchst, einmal da rein, da kann ich mir nämlich die Sachen, die ich brauche, holen. So, hier, da ist eine Spitzsacke drin. Nervt das? Nein. Nämlich nicht. Schade. So, und jetzt, siehst du, wie ich das gebaut habe? Nein, so, mit Zuckerrohr. Boah, Alter, du sollst mir doch helfen. Zuckerrohr. Ja, das kann ich doch gleich machen. Guck mal, ich mach mal, bitte, immer so ein Stein hoch, warte. Ich glaube, ich weiß nicht so ungefähr, wo Zuckerrohr ist. Ja, nee, ich hab's ja abgebaut, aber wegen die bin ich gestorben. Wenn ich die Türze krieg, ich wieder in den Bann reingedrückt, das ist immer so. Ach so, ich hab doch das Zuckerrohr noch. Ja, ich brauch das grad. Wofür? Weil ich was machen will, dann drop mal. Wofür, sag mir erst, wofür? Jetzt drop, erst mal, ich will dich überraschen, jetzt drop. Wenn nun die Achsen Verzauberungszisch machst, ich sag, ich fink dich zu Tode. Und danach brauchst du den Wichter bitte weiter, ich gebe schon mal ein paar Tiere töten. Fail! Was hast du gebaut? Fail! Was hast du gemacht? Fail! Was hast du gemacht? Guck in die Kiste, fail! Wenn du Verzauberungszisch gemacht hast, sollst du jetzt echt treiben. Wenn du jetzt ein Buch gemacht hast, solltest du auch kennen. Nein, das war ein größerer Fail. Nein, oder? Also, das war jetzt jetzt Fanny sehen. Okay, okay. Deswegen, ich hab ja gesagt, das sollst du Fanny nehmen, mit deinem Ernst. Hm, ich bin Bob Mord, ja. Du kannst ja wieder draufkommen, damit schau ich ja kein Problem. Aber ich wollte dir jetzt mal zeigen, was ich davon halte. Lass mir raten, wolltest du jetzt ehrlich Bücher machen? Hm, nein. Eine Karte? Ja. Die Folge geht 24 Minuten. Fuck. Da muss ich sagen, sie sehen wir uns in der nächsten Folge. Minecraft Together S2. Und ich beende diese Folge nur mit einem hoffentlichen Kill von meiner Seite aus. Warte, mal gucken. Mal eben noch schnell sterben? Fragezeichen? Ja. Ah, ne, hat doch nichts gereicht. Warte, weißt du, wie das geht? Keine Ahnung, ich bin ganz schwer. Ja. Weil ich auf die Uhr, weil ich eh erst auf die Uhr geguckt habe. So, ich, also ich hab die Folge jetzt mit dem Tod beendet. Nur schnell meine Sachen wieder einsammeln. Ja, wie sagst du, was sollst du jetzt folgen? MachenCraft Together. Lasst ein Abo da, kommentiert ruhig schon. Ja, dann tschüss. Boop. Und hier siehst du den Abo-Button, wo du dich kostenlos abonnieren kannst. Und das letzte Video. Schau mal rein. Schau. Und da ist fertig. Junge. Bis zum nächsten Mal.